Professionelle und umweltgerechte Aufbereitung von Schmutzwasser in Malerbetrieben In Malerbetrieben fallen große Mengen Schmutzwasser an, die nicht einfach in die Kanalisation eingeleitet werden dürfen. Diese belasten die Umwelt und vielerorts ist die Einleitung von unbehandeltem Schmutzwasser nicht gesetzeskonform. Weiter besteht die Gefahr, dass Abwasserrohre mit der Zeit verstopfen. Für die rationelle und professionelle Aufbereitung von Schmutzwasser in der Werkstatt bietet Storch die neue Spaltanlage Color Free. In der Spaltanlage können in einem Arbeitsgang bis zu 180 Liter Schmutzwasser aufbereitet werden. Eine kleine kompakte Anlage für große Mengen. Die Bedienung der halbautomatischen Anlage ist sehr einfach und zeitsparend. Die Anlage arbeitet fast von alleine und sagt Ihnen durch die selbsterklärende Menüführung, was zu tun ist. Das Schmutzwasser wird mittels Pumpe in die Spaltanlage gefördert, zum Beispiel aus einem Absitzbecken. Dort wird das Schmutzwasser in ständiger Bewegung gehalten und währenddessen wird biologisch abbaubare Spaltmittel hinzugegeben. Nach kurzer Zeit bilden sich Flocken aus den im Schmutzwasser befindlichen Feststoffen. Das so behandelte Schmutzwasser wird dann in einen Fließfilter gepumpt. Die ausgeflockten Feststoffe bleiben im Filter und das gereinigte Waschwasser läuft in den Abwasserkanal ab. Hier noch einmal zum Vergleich. Das Waschwasser vor der Aufbereitung und das Waschwasser nach dem Ausflocken. Optimale Ergänzungen zur Spaltanlage Color Free sind der Waschplatz mit Absetzbecken. Hier können im Waschplatz bequem Werkzeuge und Gebinde ausgewaschen werden. Das Schmutzwasser läuft durch ein Achtkammer-System des Behälters. Ein Großteil der Feststoffe wird hier zurückgehalten. Das Brausenset. Anwendungsfreundliche und rationelle Reinigung von Streichwerkzeugen und Gebinden. Der Turbowash. Mit dem Turbowash und einem Hochdruckreiniger können Farbwalzen sehr schnell mit nur 8 Liter Wasser pro Walze ausgewaschen werden. Kleistergeräte Reinigungsvorrichtung. Zum rationellen und bequemen Reinigen von Kleistergeräten bis 110 cm Breite. Die Storch-Spaltanlage Color Free bietet Ihnen folgende Leistungen und Nutzen. Die Storch-Spaltanlage Color Free. Professionell, umweltgerecht, anwendungsfreundlich. Den Vorsprung hole ich mir.